Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf Diagnach ein Ticket und heute habe ich das Spiel X-Hero. Also ich habe es ja schon heruntergeladen. Ich werde es jetzt zu starten. Ich habe es noch nie gespielt. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Ich lasse mich mal überraschen. So, wir sind schon bei 1 direkt gleich in Kampf. Okay, man kann bis zu 6 Charaktere nehmen. Okay. Hmm, Tank oder Tank? Oh, der hier ist ja. Kampf. Okay, noch mal Kampf machen. Boss. Ice Lady. Auslady oder Aurora klinge. Him Aurora klinge. Okay. 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 Boss. Ein Drache. Uralter Drache. Der muss schon sehr alt sein. Man sieht ja nur noch seine Knochen. Oh. Ein Drache. Ich hab's trotzdem geschafft. Aber nur ein Stern. Ja. Hallo? Warum soll ich denn immer nix in Kampf machen? Ja. 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 ich kann jetzt machen was ich will bin ich mal auf dem finger angewiesen ok zehn herzen darf ich mir einmal was kaufen ich habe hier zehn herzen also kann ich den einmal holen da kann ich mir nichts zu tun da kann ich mir auch nichts zu tun ach dann kann ich mir aussuchen was für hellen natur technologie super hellen oder finsternis der finger ist wieder da das war ein tank oder nicht mh 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 mit zwei sterben mh mh Oh. Wow. Super, wieder mit zwei Sterne. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal. Kurs König der was der der Finsternis nur König der Kurs Das ist so vieles Kurs 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 Buchst du Kurs 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 Ja, ach da klicken. Fähigkeiten. Okay. Ach, ich muss gar nicht dem Finger folgen. Der Liegfest gibt es auch schon. Okay. 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 Ich möchte die Runde davor nochmal. Wie komme ich im ersten Kapitel rein? Weil da war ja der letzte Kampf nur mit zwei Sternen gemacht. Okay. Oh. Okay. 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 Oh mein Gott. der König wieder. Ach, der ist ein Daumen bei mir. Aber jetzt gewinne ich. Sag ich doch, jetzt gewinne ich. Jetzt geht's doch, der Wille. Ich bin hier ja das Kindler. Wer hat die Pänderasche? Ich habe ein Teufel von der Deep Sea. 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 Das ist ein Teufel von der Deep Sea. Das war die Krähenfrau. Das sieht gar nicht aus wie ein Tank. Das war die Krähenfrau. Den machen wir später. Aber ich glaube ich werde gleich hier aufhören. Das war sonst ein bisschen zu lange. Das Video. Ich probiere noch hier die Dinge zu spielen. Das Kapitel durchzuspielen. Und der nächste. Was ist denn? Wer hat man? Ein Geschenk. Einser mit. Du kannst klicken. Wenn. Ah, wenn 4-1. Okay. Subi. Die nächsten 3 Sterne. Jetzt haben wir einen neuen Held. Oh. Jetzt haben wir einen langen Arm. Ich hätte ihn noch hinten packen sollen. Ja. 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 Das Stück fängt. Da. Ich habe vielmals an. Die. Die. das ist eine Heilerin das ist cool warte mal eine Heilerin muss ich doch den auch schaffen im Boss ja jawoll perfekt jetzt noch um den einen mit drei Sternen nein uh oh okay vielleicht ich hätte eh noch down da war das ein Doppelki das hat eingestorben und jawohl ein Stern das war's für heute ich werde gleich noch ein bisschen weiter gucken wie ich zu der Kampagne komme um jetzt den einen Stern noch zu holen aber das war's erstmal für heute geht doch dann sag ich Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf ach das mache ich nicht mehr und auf wiedersehen ciao ciao r r r r r r r